Ich bin die Cynthia und ich komme aus Gorbitz. Und ich habe mich schon beworben bei Bauer sucht Frau und Schwiegernochter gesucht und heute bin ich hier. Ist der Boden auch da? Nee, ach du Schreck. Also ich hatte eine schlimme Kindheit. Ja, könnte Oma mich bedauern. Ich hatte nicht bedauern. Die haben gesagt, ess erstmal die Chips, wenn du Schokolade kriegst. Dann habe ich meine Mutti mal gefragt, sag mal, wie bin ich denn zur Welt gekommen? Sagt sie, dich hat er Storch gebracht. Habe ich meinem Papa gefragt, sag mal, wie ist mein Bruder zur Welt gekommen? Hat er Storch gebracht. Da bin ich zur Oma, sag mal, Oma, Mutti und Bati, wie sind die zur Welt gekommen? Hat er Storch gebracht. Und du? Storch gebracht. Hm. Musste ich einen Aufsatz schreiben, da habe ich geschrieben, in unserer Familie hat es in den letzten Generationen keine normale Geburt nachgegeben. Was guckst denn du so? Ja, ich hab zugenommen. Das liegt an den Genen. Bei mir ist es das zum Kühlschrank gehen. Ich mag jetzt auch drei Diäten gleichzeitig. Von einer Ozeane sagt. Sie haben gesagt, das ist erforscht, das ist der Jojo der Fett. Bei mir ist Jojo oben hängen geblieben. Ach nee, du sag, hier ist was. Ach so was. Aber noch mal zu meinem Freund. Der wollte immer ausgefallenen Sex. Fack mal hoch. Wo ist das ausgefallen? Die ist doch ausgefallen. Kennste Uhr? Echt. Kenste. Oh, nee. Und wann nur jemand auf dem Schiff? Nee, wann! Waren viele Wellen? Bei uns waren viele Wellen. Wir mussten in die Rettungsboote. Kommt der erste Offizier, hat sich in die Mitte gestellt und hat gesagt, Männer auf die linken Seite, Frauen und Kinder auf die rechten Seite. Kommt einer, stellt sich in die Mitte und sagt, und ich soll bestärken. Was machst du? Wo kommst denn du her? Na aus Sachsen. Ach genau wie ist das ohne. Aus Sachsen, das ist eine Antwort. Hauptsache du willst nach Hause. Ist es deine dann hier? Macht ja vor allem sogar den Wasserkessel. Haben wir denn hier welche von außen? Die reden sich immer über Sex so oft. Haben wir mal, und hat er da, sagen aber andere, das ist doch auch furchtbar. Haben wir mal einen Aufschluch gemacht? Hat er da geregnet? Ist doch auch nicht schön. Oder Bayern, haben wir Bayern hier? Ne? Weißt du genau, hast ja alle geguckt, hast ja kontrolliert, ne? Die Bayern, das ist ja auch furchtbar, ne? I-H-A-A-U. Weißt du was du sagst? Ich hab auch eine Ohr. I-H-A-U-N-E, das ist ja auch nicht schön, ne? Ne, so was du was sagst. Also, wir müssen mal zusammen was Schönes sehen. Und ich brauch mal bitte eure Hilfe. Ich brauche mal ein kollektives Joladehütü. Kriegen wir das gebacken? Ja, wir probieren es gleich mal. Joladehütü. Aber das wird doch nie im Altersheim, ne? Also ich brauche nochmal ein Joladehütü. Na gut, das ist schon ein moderneres Alben. Also, jetzt geht's los. Ich freue mich, wenn ihr hier drüben vielleicht ein bisschen dschungelt. Du siehst schon so aus. Was los? Bisschen? Baitreidubel, ey, hä? So, wenn ihr ein bisschen dschungelt, die wissen meistens nicht, wo links ist. Warte mal, ich helfe mal. Oh, das ist doch hier nicht Katastrophe, wenn sie die rauslassen hier. Das erste Mal, wo links ist. Pass auf. Du bist jetzt verantwortlich. Hier ist links. Du kennst dich auch. Pass auf. Gibt's Ohrschneer. So sauber heute, hä? Oh. Das ist links. Kannst du nachts abmachen, sonst verschmierst du's Kopfkindl? Und wir fangen jetzt an. Jolaladehütü und es wird gejunkelt. Ihr macht mit. Ihr seid nicht bloß zum Mast hier. Jetzt geht's los. Los. Los jetzt. Haha. Jawohl. Wahhhihihi. Wahhhihi. 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 Lass dich ein. Ein letztes Mädchen mit alten Freunden, wir stehen alleine auf. In den Strachen, in den Lachen, wie langsam die Lichter auf Ich steh' auf einmal genug gleich, zweimal, was war ich, der war ich, der war ich, der war Ich weiß, du magst es schon seit Stunden und ich steh' bestimmt noch mal ein Was sie gleich, was sie gleich, so kann nur ein Längel sein Aber ich hab' noch einen Spruch geprüft Für Sachsen, wir sind helle, das fräst die ganze Welt Und wenn wir mal dämlich sind, da haben wir uns bloß bestellt Dankeschön! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!